So, wir spielen jetzt hier einfach bei minus 100 Grad, gucken wir. Wir haben hier nach ein wenig Restaurationsarbeiten die CD, ihr habt ja vorhin gesehen, wie die aussah, wiederhergestellt. Wir hoffen, sie ist jetzt lesbar. Wir fügen sie einfach hier ins Laufwerk ein. Hat 300 Jahre gedauert. So, seht ihr, läuft wunderbar. Ja, ist aber trotzdem immer noch brandneu. Jetzt schauen wir mal, ob der von alleine... Ah, hier, wir sehen schon Stunt Rally-Spiel. Das ist der Mr. X, glaube ich, oder? So, mal gucken, ob es funktioniert. Ich glaube, jetzt kann ich die Dürcher-Lambos machen. Do you still continue, one, two? Ah ja, äh, Englischkenntnisse? Ich würde sagen, ja. Also, wir füllen nicht ganz die Anforderungen. Das ist Lego, deswegen wird das jetzt ein wenig pixelig und nicht mehr so hochauflösend wie vorhin. Er ist sowieso pixelig. Seht schon dieses hochauflösende Intro. Das schafft er auch noch mit mehreren FPS. Medium. Eigentlich haben wir das... Seht auch diese Aufnahme hier mit... Ja, ich würde schon sagen, das sind so 5, 6, 7 FPS, die dann immer schon sein. Ich glaube, vielleicht sogar auch noch so 10. Der Tonflug ist halt auch noch bei minus 100 Quad. Ja, ich glaube, wir machen da ein anderes Video daraus. Dann wird das jetzt ein Let's Play mit Kamera vom Bildschirm. Wie geht das Spiel dann hier? Hä, macht man das hier eigentlich mit den Pfeil-Tasten? Oder macht man das hier... Boah, hier. Der hat ein V6-Motor. Äh. Ich weiß ja nicht. Ja, ich weiß ja nicht. Ja, ähm. Das ist natürlich qualitatives Videomaterial hier. Aber ich glaube, es ist einfach nur ein Video, ne? Oh, da ist er hingewiesen. Ja, nur 3 Tage, jetzt kannst du sein. Oh, da ist er hingewiesen. So, und jetzt landen wir gleich im Zug. So, äh, das war das Intro. So, wir haben schon drei Minuten Material, super. Oh, hier ist der nervige Kind. So, ich würde sagen, wenn du künftig Hilfe brauchst, klick auf das Fragezeichen, dann bin ich wieder da. Auf das Fragezeichen. Ruhe da drüben. Ich würde sagen, wir machen direkt ein Rennen. Genau, bei deiner wird die ganze Zeit Ruhe. Und dann kann man hier, wo ist hier sofort Rennen, da. Ja, dann gibt es zufällige Auswahl, dann geht es sofort los. Eine super Funktion. Wo ist hier, aber der... So, jetzt geht es gleich los. Hier ist die Startlinie. Okay. Ja, wer sind wir eigentlich? Ah, ich glaube, der stehen geblieben ist. Ah, okay, Leertaste ist Pause. Zurück zum Rennen, weitermachen hier. Ja, so. Finden wir erst mal raus. Wir gucken, wir finden erst mal raus, womit man Gas gibt. Äh, ich habe schon wieder Leertaste getippt. So, hier vielleicht mit W. Nee, das habe ich schon mal schon geblieben. Ähm. Ah, mit der Maustaste. Ach so. Aber das kann man einstellen. Also, ja, lenken macht er von alleine. Wir geben eigentlich nur Gas. Ich tippe ja auf die Taste und dann gibt er schon Gas. Und vielleicht ein Neustart. Wir holen die anderen bestimmt noch ein. So, und ich weiß nicht, wie gut man das sieht. Also, das da war natürlich schon fordernd gerade. Aber wir sind schon so bei 2, 3 FPS. Oh, Mist. Ja, also, man ein bisschen lenken kann man. So, ne, Matschofritze. Und dann kann man hier sogar schon Items aufsammeln. Äh, nee, ich glaube, die rechte Maustaste ist zum Bremsen. Lass mal wieder. Weil wer bremst, verliert. Ja, und diese besonderen Stunts, da sind natürlich immer fordernd. Da droppen dann die FPS schon ein bisschen so auf, äh, also, ich glaube, es sind schon noch FPS. Also, bei, so, wir haben schon die erste Runde geschafft. Wir sind auf dem vierten Platz von vier. Und in der zweiten von drei Runden. Vielleicht, äh, finden wir noch jemanden. Ja, also, so langsam landen wir eher so im, äh, SPF-Bereich, ne? Da kann nicht mehr jemand von euch das spielen, weil ich bin hier schon beim Fällen. Wööö, das macht keinen Spaß. Ey, das musst du aufsammeln. Wie geht das denn? Weiß ich doch nicht. Kurz, wir müssen Vollspeed geben. Langsam Vollspeed. Oha, der Stunt hat ja gerade voll hingekommen. Oha, jetzt geht das eigen, eigen, niedermaßen mit den FPS. So, jetzt geht's in die letzte Runde. So, versucht man irgendwie zu lenken. Dann macht das zum Glück alleine, aber wahrscheinlich konnte man das einstellen. Ah, so. Okay, du lenkst und ich... Ja, ich weiß nicht, ob das... Na ja, ja. Man, wo leckst du denn hin, du Vollidiot. Komplexe Physikberechnung. Und ihr seht auch hier die hochauflösenden Kanten. Rundungen und so. Oh, da sieht mich jemanden. Da sieht mich jemanden. So, holen wir gleich einen. Nein. Ah, wir haben das Item wieder nicht aufgesammelt. Okay, man verliert einfach nur ein Ölfleck bei dem Item. Ich weiß nicht, was davon sagt. So, wir hören bereits, der Erste ist im Ziel. Ja, wir haben ihn noch reingeholt. Wir werden vielleicht Dritter. Nein, der hat uns wieder überholt. Das hier ist in der Schuhe. Das liegt auch wirklich an unserem Können hier. Nicht, weil das irgendwie zu leicht wäre oder so. So, äh, dieser wilder Kampf fordert schon die FPS. Und, äh... Alter, der kennt ja gar nichts. Ich glaube, das sieht nicht mehr so gut aus. Also, der Schluss ist immer sehr fordernd. Aber ich glaube, wir werden nicht gewinnen. Alter, der ist vorbei. Wir sind letzter geworden. Ja, ähm, ich glaube, das liegt am Computer. Vielleicht doch. Wir schauen mal, ob wir einen besseren finden. Würdet ihr sagen? Äh, ich hoffe, das Let's Play hat euch gefallen. Bei, bei, bei 10 100 Likes kaufen wir unseren.